Willkommen zurück zu My and Luigi Dream Team. Ich bin ja immer noch in diesem einen Abschnitt gefangen und da hier ein Speicherblock kommt und wir massen von Items vorherkunden haben, nehme ich mal stark an, dass hier jetzt ein Boss kommt. Also los geht's. Wer ist das? Hm. Was steht da? Pyjama-Gipfel-Gipfel-Punkt. An alle, die es zum Gipfel schaffen, möge euer Muskel nie erschlafen. Okay. Geht es euch gut? Brrrr. Seit wann ist denn deine Stimme so tief, Mario? Wer weckt mich? Dieser Berg... lebt? Wenn das so ist, dann müssen wir einen Weg finden, ihn zum Ausbruch zu bringen. Oh je, ich glaube, da kommt jetzt ein Riesen-Boss-Kampf. Durch die Erschütterung einer Eruption könnte sich das Traumportal wieder öffnen. Oh ja. Okay. Doch kein Riesen-Boss-Kampf. Okay. Er ist das. Ähm. Kaffe ich hier. Okay. Okay. Wer mag das? Wer mag das? Luigi? Ah, das ist unten, das seht ihr jetzt nicht. Bin ich mir das nur ein, oder schlägt der nicht mehr so fest? Okay. Wir müssen schnellstens von hier weg. Behalt euch. Musik Musik Ihr seid zurück aus Romhimmel, ist nicht unglaublich! Musik Was ist Muskeln wackeln? Erde wackelt! Musik Nicht mit mir! Musik Oh, ich werde dich zeigen! Musik Er kommt genau auf uns zu! Will er uns rammen? Luigi, was ist denn passiert? Das L leuchtet, das hatten wir doch schon einmal! Musik Ja, Riesenbosskampf! Musik Musik Ja, genau! Riesenbosskampf! Moment, da muss ich kurz Cut machen! Okay, los geht's! Ja! 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 Das sieht undurchdringlich aus! Was? Wenn es doch nur einen Weg geben würde! Musik Natürlich! Versuchen wir jetzt mit dem Hammerhaken! Was? Hammerhaken? Was ist das? Hammerhaken sind meine Spezialität, also hört gut zu! Okay, das scheint eine neue Attacke zu sein und deshalb höre ich lieber zu! Röre das Hammersymbol! Dann tippe das Symbol für den Hammerhaken an! Führe den Touchpin rasch in Verlust und dadurch schwingst du den Hammer! Ah, jetzt liegt er am Rücken! Der Hammerhaken hat den Gegner zurückgeschlagen! Das ist deine Chance, Traumluigi! Der Gegner ist jetzt wehrlos! Arbeite mit Mare zusammen, um mit einer Paarattacke anzugreifen! Röre dazu das Symbol für die Paarattacke! Röre jetzt das Schraubstampfer-Symbol! Schraubstampfer? Was ist das denn? Zeigenst du schnell Kreise in Pfeilrichtung, um Mare das Drehung zu beschleunigen! Zeigenst du genug Kreise, erscheint der Pfeiler neu! Zeit für noch mehr Kreise! Diesmal musst du in die andere Richtung drehen! Wow, viel Schaden! Nach dem Schraubstampfer muss Mare ausruhen, genau wie nach dem Rhythmopilz! Du kannst die Paarattacke nun vorläufig nicht verwenden, vergiss das nicht! Okay! Was macht er jetzt? Ah, er schießt mit dem Stein oder dem Lavaschein! Gut! Nochmal den Hammerhaken! Oh, blöd! Hm, Mare muss ich noch erholen! Vielleicht springe ich mal! Okay, wie ging denn das nochmal, dass man zweimal springt? Äh, was macht er? Oh! Ah, gut! Mario ist wieder fit! Okay! Ah, ich glaube ich habe jetzt nicht richtig gedreht! Oder in die falsche Richtung! Okay, ich schieße wieder den Lavafelsen oder was das auch immer dastehen soll! Gut! Hm, Mare erholt sich nie rechtzeitig! Ach, das ist wieder! Gut! Also, jetzt versuche ich es richtig zu machen! Moment, ich habe doch gedreht! Hm, anscheinend hat er das nicht genommen! Mir reicht's jetzt! Aber echt! Äh! Sieht aus wie ein Wurm! Äh, was? Oh! 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 Fies! Äh! Äh! Lava-Stoß? Ach übrigens, so eine ähnliche Attacke wie die da, die er da gerade gemacht hat! Ähm, die gab es doch schon mal in Luigi Abenteuer Bowser gegen den Krankexpress! Aber das ist eine andere Geschichte! Okay, ich glaube ich muss ihn jetzt irgendwie in den Lava-Stoß reinschicken! Wahrscheinlich mit dem Querhammer! Obwohl, der schießt ihn ja nach hinten! Der Lava-Stoß ist aber da vorne! Hm, vielleicht den Hammerhaken? Ich häskiers! Tatsächlich! Ha! Gut Okay, jetzt kommt der Querhammer zum Einsatz Denn jetzt ist es da hinten Gut, jetzt liegt er am Boden Das drehen kann ich nicht gut Ach, das wieder Das ist nicht so schwer Hm? Gut Hm Okay, ich versuche nochmal Sprung Hm, aber irgendwie check ich es nicht, dass er nochmal springt Wie ging denn das? Kann ich mich nicht mehr erinnern Boah Also der ist stark Gut Aber jetzt ist Mario wieder fit Und ich hoffe, diesmal mache ich alles richtig Denn die Attacke ist ganz leicht Okay Okay, zwar kein Exzellent, aber Nicht schlecht Okay Okay, wieder diese Wurmattacke Also ich finde das sieht aus wie ein Wurm Oh je, das wieder Oh Also der Boss ist wesentlich stärker als der andere Ah, fast geschafft Nur noch ein bisschen Gut Gut Jetzt kommt Querhammer Gut Jetzt kommt Querhammer Und jetzt müsste ich ihn gleich haben Oh Moment Äh, falsche Richtung Blöd Hab in die falsche Richtung gedreht Okay Und jetzt ist es so gut Und jetzt kann ich mich predet Und jetzt kann ich mich Blöd, blöd, blöd. Maria holt sich nicht rechtzeitig. Ich hatte schon Angst, der rät mich wieder um. Wir haben nur noch ein ganz kleines bisschen. Wunderbar, der Gegner ist geschwächt und reif für den finalen Angriff. Ach ja, jetzt kommt das wieder. Ja. Okay. Na gut. Ja. Puh. Der war gar nicht leicht. Und was ist da drinnen? Stahlhandschuhe, Ultra-Bombom, Ultra-Nuss und ein Abpilz-Deluxe. Puh. Also ich muss zugeben, Hut ab Vulkan. Der war wirklich schwer. Aber ich habe es geschafft. Gott sei Dank. Weiter geht's. Puh. Puh. Okay, ein Moment. Cut. Gut. Puh. Was für ein Kampf. Jetzt fällt es mir auf, es ist wieder da. Das Traumportal ist endlich wieder offen. Die Eruption stört Luchi Schlaf. Jetzt können wir in die Wachwelt zurück. Ich mache mir jedoch Sorgen, was wir dort vorfinden werden. Beeilen wir uns. Okay. Aber wir beeilen uns erst im nächsten Part. Denn ich weiß noch gar nicht, wie es weitergehen wird. Ich lasse mich überraschen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war dieses Mal wirklich ein harter Bosskampf. Tschüss.